So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Pokémon GO, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schock hat der Woche und ignoriert bitte mal den Laubbläser, der jetzt um 13 Uhr oder irgendwas da draußen sein Unwesen treibt. Weil ich beschwere mich die ganze Zeit, dass frühs um 6 die Laubbläser da rumgehen und nerven des Todes und du kannst einfach, das ist, jetzt ist es 13 Uhr und nicht 6 Uhr und es stört mich genauso, also ist es eigentlich egal. Ich hasse einfach Laubbläser, fertig. Wenn ihr sagt, Laubbläser sind voll cool, ihr mögt die, ihr seid auch Laubbläser, schreibt es mal in die Kommentare. Ich grüße euch natürlich herzlichst, ja, aber insgesamt finde ich das eigentlich wirklich nervig und dämlich und alles von der einen Seite auf die andere und dann wieder von dort und dann wieder drumrum und zwei Stunden lang Lärm machen, weiß ich nicht. Aber okay, jeder hat eine andere Meinung. Heute Abend ist wieder die Raid-Stunde, die Raid-Stunde mit Zekrom und Reshiram. Ich habe die ganze Woche jetzt immer nur den freien Pass gemacht, habe es langsam angehen lassen. Ich habe meine 200er schon, beziehungsweise habe ich insgesamt 300er, brauche nur die XL und die werden heute Abend definitiv voll. Deswegen warte ich die ganze Zeit auf die Raid-Mania, auf eure Einladungen und mal gucken, wer alles mitmacht. Jetzt aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hat sie hier bei Master Gossi, Shiny und Schnee im Spiel und nicht geboostet. Ist ja kein Stahl-Pokémon, ja, aber Shiny. Irgendwie sieht das Bild total komisch aus. Das hat sie wahrscheinlich abfotografiert mit dem Handy vom anderen Handy, sodass das irgendwie so komisch aussieht. Warum sieht das so komisch aus? Aluhut, wunderhübsch. Gönnen sich die letzte Zeit alle erdenklichen Pokémon, die es in Shiny gibt, auch als Hunderter, hier das wieder gemacht hat. Ich glaube, der spielt einfach sehr aktiv. Also muss er ja sowieso, egal. Shiny-Schilderus hier als Schundo. Dann bin ich mit Molly Glücksfreund geworden. Fan-Raid-Go-AMK zeigt uns sein Slimer-Krypto-Shiny-Slimer. Adi, Schatz, alles Gute. K-Joker, yes, hat auch bei Raids für Zuschauer ein Shiny-Shadrago bekommen. Ist ja jetzt leider nicht mehr da, war aber richtig cool, weil die Leute alle Bock hatten, das zu raiden. Das hat mir gut getan, das hat euch gut getan und der Adi hat sich nicht gefreut. Jojo aus dem Ei, 100% von Nera geschlüpft. Unbedingt aufheben, bitte nicht entwickeln. Gerade gebrütet hier, Bier-Benny auch. Shiny, Azuril, Aluhut. Das nächste Schundo, diesmal mit dem Sneeble, Fan-Go-Raid-AMK. 100% Krypto-Slimer-Fett. Habt ihr ein 100% Krypto? Schreibt es mir in die Kommentare. Julchen, Feechen, heute in der Raid-Stunde gekriegt, richtig nice. 100er Sekrom, also ein Hundo davon. Aluhut, wenn er gerade mal nicht die Hundos jagt. So hätte ich fast Snipe gesagt, jagt. Heute gibt es Pulled Pork. Leute, ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende. Euch natürlich auch, obwohl jetzt erst Mittwoch ist. Wünsche ich euch das trotzdem. Ich musste das mit reinnehmen. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Da denkst du wirklich, du bist bei Berlin Tag und Nacht. Ich habe noch nie so eine schöne Küche gesehen. Oder was das ist. Die Teller, alles modern, alles hin und her. Da McDonald's, Coca-Cola-Gläser, komische andere Gläser, Soßen, alles am Start. So eine heftige Mühle, Mühle, Windmühle. Habe ich in der Kindheit damals auf dem Tisch der Eltern, stand das immer, immer Kerze an. Dann dreht sich das und dann irgendwie das eine hat sich nicht mehr gedreht, ist dann halb angebrannt. Das war voll lustig und so sieht das Pulled Pork aus. Oh mein Gott. Magst du mir mal eins schicken? Wo ist dein Imbissstand, Bruder? Da möchte ich auch mal probieren. Das sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Madu, mal testen hier auch. Die guten Bulldog-Nudeln, ja. Das hat gar nichts mit Pokemon zu tun, aber mit dem Kanal, das muss ich unbedingt mit reinnehmen. Nun habe ich beide als Hunder da. Jenna mit einem 2307er Regierahm. Aluhu, das nächste. Shundo. Flampion diesmal. Henry Nicky, endlich ist er da. Hunder da. Hundo Shadrago. Dann bin ich mit Coke Glücksfreund geworden. Andy Project beim Aufräumen gefunden. Schlechter geht nicht. Nuller, also Nulli mitgenommen vom Bullpix. Andy Project auch ganz cool. Jetzt habe ich alle Varianten. Die sind alle 100%. Er hat ein Hunderter Erlöstes, ein Hunderter Krypto und ein Hunderter ganz Normales. Eigentlich müsste er alle Familien sammeln. Da fehlen also nochmal drei. Dann wäre es richtig perfekt. Henry Nicky hier auch. Das Hunderter Seckrom mitgenommen. Aluhu hier. Shiny Shadrago. Dragonite. Shiny Shadrago. Dann mal Feuer frei. Das Skandal. Parra habe ich nicht gerafft. Bis ich gesehen habe, der hat 100 Bälle. 100 Primärbälle aus dem Raid. Waren das auch 100? Durftest du 100 Mal werfen oder ist nach einem Ballstandort, du hast keine Bälle mehr? Sah auf jeden Fall auch gut aus. Kate Joker hier auch mit dem Shiny Seckrom. Bierbanny mit dem Shiny Rishi. Master Gossi, da ist er. Shiny Shadrago. Aluhu. Na da schau her. Er hat auch wieder ein Shundo mitgenommen. Für mich die schönsten sind eigentlich die beiden hier. Wolvid und Elomise. Auch als Shiny steht auch Tausch dran. Also wenn ihr sowas haben wollt, schreibt mal den Adelhut an. Der tauscht ihr euch gerne rüber. Danke Ramon. Jenna hier. Shiny Rishi Ra. Ja. Jewel aus einer Feldforschung. Ein 100er Seemon. Das war noch Pokémon. Ja. Nicht was dann mit Seedra King draus geworden ist. Scherze 24. Immerhin zwei Shinies gebrütet diese Woche. Ponita Flunschlik. Beides gebrütet. Ein Skorpions. Meine Shiny Ausbeute. Freue mich am meisten über das leicht goldene Juro. Da finde ich das Wulpix irgendwie goldiger. Digga. Skobbel, Plinfer, Ineco, Wulpix, Juro. Alles dabei. Selal hier mit dem wilden Dragoran. Selal mit dem Nuller Bummel. Selal mit dem Dratini. 100er Shiny Juro. 100er Kapu No. Dann schickt mir immer so viele andere Bilder. Wenn du deine Tat nicht vertuschen kannst, verhalte dich wie ein Opfer. Einfach daneben legen. Alles gut. Berlin Mitte. 950 Euro kalt. Fand ich auch sehr lustig. Vor allem dieses Kalt. Kalt. Also Berlin Mitte. Es passt so gut. Wollt ihr da auch wohnen? Geil, oder? Fand ich auch lustig. Können Sie uns erklären, woher die Lücken in ihrem Lebenslauf kommen? Ja, sicher. Die habe ich mit der Leertaste gemacht. So einfach ist es. Sarina hier. Na geht doch. Gab es endlich sogar im Doppelpack. Für Main hat es auch für den kleinen Account Alola Shiny Raichu. Der braune. Dann hat sie noch ein Bonita. Dann hat sie noch ein Aero-Kack-Sprühl. Dann hat sie sich ein 100% Sneebel getauscht. Ihr wisst, die IV werden gewürfelt. Es ist also nach dem Tausch ein 100er geworden. Von Two Souls, One Unit. Endy Project. Hab es auch endlich in meinem Beutel. Zack. 100er Sekrom. King Malad. Weihnachten kann kommen. Bei dem gibt es hier Pogbaalplätzchen und einfach die ganzen Starter. Und Evoli mit Bice. Sieht auf jeden Fall auch sehr nett aus. Leon Pet zollt noch nach 53 Rates erst das... Er ist shiny. Cool. Yeah. Shiny. Uh. Das überholt einen... Äh. Holt einen ein. Uh. Das überholt einen ein. Okay. Dann hier. Sneebel. Hey. Weiter geht's. Hey. Da müssen wir gar nichts mehr dazu sagen. Familie mit dem 100er Jurope und Jugon komplett. Sören. Hey. Nuller. Sören. Zwei schöne Tauschgeschenke von einem Kollegen. Wir waren keine Lucky Friends. Gab's einen 100er Dratini. Der Rest hab ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Shiny Shadrago hat das Sören noch mitgenommen. Wenn der Zahnarzt gegenüber geschlossen hat und der Gune hier trotzdem auftaucht. Lito Mif 100 mitgenommen. Genaya hier. 100er Flampion. 100er Tragosso aber erlöst. Danke für die Raids. Shiny. Rigira. Eric Hartung. Shiny Zobiris. Äh. Shiny Flampion. Nick aus der Feldforschung. 100% Shiny Capuno. Das wollte ich sogar fast eigentlich erst als den Jogger der Woche machen. Aus der Forschung. Ein Shiny. Und dann auch noch ein 100er. Ich hab gar nichts davon aus der Forschung bekommen. Also. Tick Kekslord. 100% Shiny Sacrom. Wie viele Raids? Wie viele Raids? Burkhardt. Shiny Spoink. Shiny Natu. Shiny Yorklef. Shiny Vulpix. Wie? Ist der 91er Fluch vorbei? Julchen. Viehchen. Ja. Mit einem Shiny Lucky Piogre. Aber halt 96. Hätte ich eigentlich gar nicht mit reingenommen. Für einen Fünfer Raid eingetragen. Ach ne. Für einen Raid eingetragen. Weil ich dachte es sei ein Fünfer aus Prinzip trotzdem mitgemacht und belohnt worden. Auf dem großen Shiny Shadrago. Sogar auch mit 96%. Das CJ Shiny hab ich nicht mit reingenommen. Wie du siehst. Ist extra draußen geblieben. Und danke. Shinaya. Das kann sich sehen lassen. Schon wieder 96 Shiny. Lucky. Ist eigentlich auch nix. Aber für den netten Begrüßungstext hab ich es mal mit reingenommen. Viva la Mexico. Ihr wisst wir haben zusammen das Mexiko Event gestreent. Sie war da dabei. Ihr habt da 100er Kleinstein mitgenommen. Noch ein Shiny Vaucano rausgezogen. Brainy Stendhal beim kleinen Poke Eintrag. Also der hat mir wirklich den Text Eintrag hinterher geschickt. Das ist das allererste was gemacht und gefangen wurde aus dem Mega Raid. Und ist ein 100%iges. Beim kleinen Account fand ich auch ganz gut. Gangster Pikachu. Shiny Ausbeute der Woche. Hier Knacklion. Quiegel. Schneebedeck. Sengo. Shanera. Habitak noch hinterher. Popa Mo. Ja. Yo. Endlich mal Glück beim Raiden mit den kleinen Accounts. 100er. Shadrago. Shagnado. Pecho Boy. 100er. Glücks. Shadrago. Setz sogar noch einen drauf. Thomas Speck hier. Shiny Capuno. 100er Flampivian. Flampivian. 100er Magma in Glücks. Kann man mal mitnehmen. 100er Lito Mif. 100er Bodogel. Auch Hannes mit dem 100er Bodogel. Oder Bodogel. Hannes. Shiny Anton. 100er C. Britz. 100er Flampion. 100er Eistüdel. Shiny Sneebel. Shiny Yanmar. 100er Picochilla. Shiny Schmerwe. Shiny Schadrago. Benjamin Engel. Der uns zeigt. Gruppenkot. Dreimal dicke Wurst. Und hat wieder mal ein Solo-Raid gemacht. Diesmal gegen Tonupto. Hat er sogar Solarstrahler da, glaube ich, geschrieben. Elke Kaiser hier auch. 4 Sterne. 100er. Also Alola Kleinstein. 100er Blutzug. Shiny Rijiran. Shiny Bonita. Shiny Mauzi. Shiny Flunschlik. Recht gutes. Shiny Capuno. Shiny Europe. Shiny Nidoran. In Krypto. Ich habe jetzt Gala Alola alles weggelassen bei den anderen. Shiny Biditza. Dann Lennart. Der hat nämlich ein 100er Skorgler erlöst. Shiny Flampion bekommen. Shiny Europe bekommen. Seemops 100er erlöst bekommen. Thomas Bowe. Auch Shiny Trypto Nidoran. Das zeigt uns, dass er im Prinzip jetzt, also gerade von den 9 Bossen, alle hat. Und bei den anderen wohl auch richtig gut zugeschlagen hat. Er hat insgesamt 14 Shiny Krypto Pokémon. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Toxic. Guter Start in den Tag. Würde ich sagen. 100% Azuril aus dem Ei gebrüht. Das hat er auch gefragt. Soll man das entwickeln? Soll man das so lassen? Ich würde es auf jeden Fall so lassen. Weil kannst du nicht aus der Forschung kriegen. Kannst du nicht raiden. Kannst du nicht mit einer Map finden. Kannst du nicht erboten. Nicht er cheaten. Nicht er spufen. Nicht er snipen. Würde ich so lassen. Ist so auf jeden Fall viel mehr wert. Gerade Baby. Die Hunderter sind immer eine fette Sache. Das war es schon. Ich habe mich heute richtig beeilt. Und ich hatte auch vieles doppelt und dreifach. Oder viele Leute haben mir auch einfach Bilder geschickt. Ganz groß mit dem PG-Sharp-Stern drauf. Ganz groß mit einem Joystick drauf. Ich sage immer so was. Nehme ich nicht mit in die Sendung. Nicht um euch zu ärgern. Eher um euch zu schützen. Damit nicht einer sagt. Oh guck mal. Ganz eindeutig ist das ein Spoof. Das melde ich jetzt. Der Nutzername steht ja auch mit drauf. Wenn ihr das schon macht. Dann schickt wenigstens beim Einschicken den Joystick nicht mit. Sozusagen. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Anna Rottenroxy. Denn ihr habt alle gesehen. Ich habe letztens ein Regirock Hunderter Glücks-Pokémon gepostet. Ich habe einfach gesagt. Ich muss meinen Spezialtausch machen. Ich möchte XL Bonbons von Zekrom oder Regiram. Tausche da immer eins weg an meinen kleinen Account. Und der kleine Account. Da gebe ich halt was zurück. Bin einfach auf die ältesten Pokémon. Und das erste älteste Legendäre was da dastand war ein Regirock. Habe ich gedacht. Was soll's. Gibt ja trotzdem XL auf den großen fürs Wegschicken. Und was kam an. Es wurde Lucky und es wurde ein Hunderter. Ein hundertprozentiges Regirock. Einfach Lucky durch den Tausch bekommen. Obwohl es kein Glückstausch war. Und Anna setzt sogar noch einen drauf. Durch dich motiviert. Auch mal auf gut Glück mit meinem kleinen Account getauscht. Tada. Ich Nachmacherin. Beziehungsweise ich Topperin. Ja. Ich getoppt als Shiny. Denn bei ihr war es wirklich ein hundertprozent Glücks-Regirock durch den Tausch. Also kein Hundo, kein Shundo. Sondern ein Schlundo. Schlundo Regirock zum Abschluss. Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Denkt dran heute Abend. Raidstunde nochmal 18 bis 19 Uhr. Wenn ihr in meiner Liste seid und unterwegs seid und raidet. Ihr könnt mich einladen, dass ich eurer Lobby mitjoine. Wenn ihr genügend Leute seid, bleibe ich auch drin. Wenn ihr alleine seid, ladet mich nicht ein. Es macht keinen guten Eindruck. Wenn ihr alleine seid, nutzt die Raid-Gruppe. Oder verabredet euch jetzt schon mal. Oder sucht euch Leute raus für heute Abend. Sprecht das ab. Es ist jeden Mittwoch genau das gleiche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bye.